Ja, wir sind jetzt hier in Ort am Hafen und hier sieht es wahrscheinlich aus wie in vielen Häfen auf der Insel. Wir haben hier Hochwasser, keine Sturmflut, wir haben traumhaftes Wetter. Wie hier in Lemkenhafen haben wir aber auch viel, viel Wasser auf der Insel. Außerdem sind viele Straßen überflutet, natürlich auch die üblichen Verdächtigen. Hier sind die entsprechenden Beschilderungen aufgestellt.